Was geht Leute, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einem neuen Video. Nun ist in dem Video mega spät auf, aber wir spielen ein Roblox-Horror-Spiel. Und zwar nennt es sich, rufe nicht um 3 Uhr morgens an. Was nochmal das bedeutet, ich hab keine Ahnung, aber wir dürfen anscheinend nicht um 3 Uhr morgens anrufen. Wir haben hier einige Leute zur Auswahl auf jeden Fall, die wir jetzt anrufen können. Und das werden wir auch tun. Wir schauen noch, ob du kurz maniert hast und lass noch um, dafür mehr Horror-Videos. Ich bin jetzt, ich kenne das mega spät auf, ich wollte es so anmerken, normalerweise nehme ich meine Videos morgens auf. Aber okay, rufen wir zuallererst. Wie wär's mit MacFoodClown an? Ähm, warte, wir können anrufen und wir können chatten. Ich glaube, ich werde erst mal anrufen. Code? Oh, nein, die Codes kann ich... Okay, warte, dann schreiben wir ihm einfach, ist okay. Was? Oh, die kosten Robux, ernsthaft? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Und das ist auch ein Code. Okay, wisst ihr was, wir fangen mit Among Us an und ich schaue später, was der Code ist. Aber wir müssen dazu erstmal Robux bezahlen. Wenn ich's tue, 960 Robux, das ist nicht allzu viel. Wieso haben wir sie 9,60 genommen haben? Ich weiß es nicht genau, aber es spielt auch keine Rolle. Also wir können jetzt Among Us anrufen. Oh, hallo? Hä? Geht's? Ich hab doch... Oh mein Gott, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Liebt auf jeden Fall, aber die Frage ist, ist er überhaupt zu Hause? Oh mein Gott, er ist reingegangen. What? Okay. Äh, da ist er. Oh mein Gott, was? Findet blau auf der Bühne. Okay, ich hab's geschafft, wow. Das war das Einzige, was ich tun musste, oder wie sieht's aus? Ich meine, ich kenn diesen Raum auf jeden Fall. Was tut er da bitte? Er teleportiert sich die ganze Zeit. Ich mach mal ein Bild von ihm, von seinem Hintern. Auch wenn er nicht wirklich einen Hintern hat, aber ist okay. Alles in Ordnung. Okay, warte mal, hier teleportiert er sich. Mehr macht er nicht. Kann ich mich hier umschauen oder so? Nee, kann ich irgendwie nicht. Also das war's tatsächlich. Wir können sich... Oh! Fotof... Oh mein Gott, war das gruselig. What? Okay, das war... Das war crazy. Gehen wir zu Slenderman. Wir rufen ihn an. Wir können anscheinend auch mit denen chatten, so wie's aussieht. Oh, ich glaub, jetzt hat's funktioniert mit dem Geld wahrscheinlich. Geh ich mal davon aus. Oh, was? Jetzt sind wir bei Slenderman. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, wo ist Slender? Oh mein Gott, okay, warte mal. Oh, nice. Gleich stich auf Slenderman. Okay, wir haben ein Bild von ihm. Er macht sehr schön. Vielleicht noch ein anderes Bild, was ein bisschen besser aussieht. Ich meine, ich muss ja auch meinen Freunden, wenn ich hier lebendig rauskomme, beweisen, dass... Warte mal, wo ist er überhaupt? Dass ich ihn gesehen hab. Oh mein Gott, der ist da hinten. Oh, ist das gruselig. Okay, warte mal, Leute. Ich glaube, es wird wieder ein Jumpscare geben. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird wieder ein Jumpscare geben. Es muss eigentlich... Das ist ziemlich creepy, muss ich sagen. Wo ist er? Er ist halt immer weg, ne? Ab dem Moment. Gott, jetzt steht da wieder nochmal ein Bild. Oh, warte mal, was passiert? Wir können nur fünf Bilder machen. Wir können nur fünf Bilder machen und dann kommt wahrscheinlich ein Jumpscare, oder? Ich mach noch ein Bild und jetzt kann ich keine Bilder... Oh! Jedes Mal, nachdem ich fünf Bilder gemacht hab, passiert das. Warte mal. Können wir zum Beispiel mit Slenderman schreiben? Hey, ich schreib mal auf Englisch, aber ich übersetze es auf Deutsch, weil ich glaube, obwohl, warte, da steht ja schlanker Mann. Also, was? Danny? Jess? Er hat meinen Namen rückwärts geschrieben. Wie heißt du? Ich geh mal davon aus, dass er auch Deutsch reden kann, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht genau, aber er tippt gerade. Oh, so heißt du, ein Bild. Oh mein Gott, was ist das für ein Bild? Bist du das? Ich mein, wie gesagt, ich geh mal davon aus, dass er auch Deutsch ist, weil hier steht ja schlanker Mann, also, ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Antwortet er oder nicht? Er antwortet gar nichts. Antwort mir. Ausdrufezeichen, damit er weiß nicht meines Ernst. Er schreibt, lass uns wandern gehen. Okay, lass machen. Ich meine, eigentlich will ich natürlich nicht mit dem Wandern gehen. Wie geht's dir? Äh, mir geht's... Soll ich auf... Ich glaube, ich hab... Obwohl, jetzt schreibt er auf Englisch. Davor hat er auf Deutsch geschrieben. Mir geht's gut. Und dir? Ich antworte mal auf Deutsch lieber. Okay, er schreibt, er hat wieder meinen Namen rückwärts geschrieben. Bist du auf Drogen? Jetzt mal, und ich weiß, ist der Typ auf Drogen, oder wie sieht es aus? Weil, irgendwie ist er echt merkwürdig. Was? Ein Bild wieder. Was für ein Bild hat... Oh mein Gott, was ist das? Das sieht aus wie ein Gesicht. Alter, okay, dieses Bild ist irgendwie gruselig. Das macht mir Angst, Mann. Okay, an wo er schreibt? Was schreibt er? Das ist die Frage. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns... Oh mein Gott. Ich gehe weg von dir und rufe die Polizei an. Du Loser. Hahaha. Okay, mal schauen, was er darauf schreibt. Ich meine, anscheinend will er nicht wirklich mit mir reden. Er macht mir Angst. Oh mein Gott. Schau vor. Er schickt das jemand, der da drin arbeitet. Ich sage, was soll das für ein Bild... Ist er das hier? Kann es sein, dass er das ist? Oder ist das ein... Ich weiß gerade nicht, was das sein soll. Bin ich ganz ehrlich. Okay, ich schreibe jetzt bei. Mal gucken, was er schreibt. Ah, noch ein Bild. Schon wieder dasselbe Bild. Okay, wir gehen weg. Das war... Das war so gruselig. Lass mal mit... Lass mal Schreck... Ah, dafür brauchen wir einen Code, ne? Come to my swarm. Das ist anscheinend der Code. Geht das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben Schreck freigestellt. Lass uns mal alles mal anrufen. Okay, mal schauen, ob er rangeht. Normalerweise schläft er ziemlich früh, Schreck. Also Schreck, Schreck kenne ich noch gar nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ist der Bruder oder so von Schreck oder so. Ich weiß es nicht. No. Okay. Bild. Sehr schön, wir haben ein Bild gemacht. Das Ding ist, ich frage mich, wie der Jumpscare aussehen wird. Noch ein Bild? Was tut... Ist das überhaupt... Oh, jetzt hat er seinen Körper. Okay, ich habe mich schon gewundert ein bisschen. Machen wir noch ein Bild, falls sein Körper noch nicht... Oh! Oh mein, ich hätte ein Bild machen sollen. Okay, lass mal mit Schreck reden. Alter. Mach... Ups. Das nie wieder. Junge hat er mich erschreckt. Was schreibt er? Oh, no. Das... Also, nee. Das ist so gruselig. Wer ist das, Mann? Ich bin hungrig. Willst du mich essen? Also, was er darauf antwortet. Er schickt wahrscheinlich wieder ein Bild, oder? Meine Prinzessin fehlt. Wer ist deine Prinzessin? Also, ja, ich glaube nicht, dass er auf irgendwas antworten wird, was ich schreibe. Aber man kann es ja probieren. Die gruseligste Welt ist tatsächlich, wenn das wirklich eine reale Person wäre, die dahinter sitzt an einem PC und so tut, als wäre sie ein Computer. Das wäre so richtig gruselig. Warte, kann er am antworten? Fragezeichen? Hallo? Ah, jetzt antwortet er. Manchmal muss man zwei Sachen schreiben, anscheinend. Meine Prinzessin ist schon wieder... Ja, lol. Ich bin nicht wie andere Oger. Wie bist du denn? Jetzt kommt's. Wie ist er denn? Ich meine, wie ist er? Was? Ein Bild von Dunkey? Ist das der Esel von Schreck? Ich meine, das könnte sein. Aber wieso schickt er mir so ein komisches, sehr merkwürdiges Bild von... Ich meine, da gibt es ja verschiedene Esel. Ganz, ganz komisch. Ist das der vom Film? Was schreibt... Oh, sch... Wie der... Nee, also, ganz ehrlich, das ist so komisch. Ich kann nicht mit denen reden. Wir haben hier Mami Longlegs. Das Ding ist, ich glaube, die braucht auch einen Code, oder? Ah, wir können die kaufen. Okay, machen wir mal für 90 Robux. Okay, wir rufen sie jetzt an. Lass mal sehen, wer da angehen wird. Wir werden jeden einmal austesten, Leute. Und ich frage mich, was für ein Jumpsca sie haben wird, weil das interessiert mich mega. Oh. Oh mein Gott, wir können das Bild... Da ist sie, ein Bild. Alter, das ist so gruselig, ne? Vor allem, ich hasse ja so enge Gassen. Das macht mir irgendwie noch mehr Angst. Bild, 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 Bild. Oh, wir haben ein Bild gemacht. Das war mega episch. Können wir Ben anrufen, oder brauchen wir auch einen Code? Der kostet auch Geld. Okay, lass mal... Lass mal Geld dafür zahlen. Weil ich weiß nicht, also, ich finde die Texte so... Ich finde beides gruselig. Tatsächlich, ob man die anruft oder halt einen mit denen chattet. Aber ich finde Chat noch ein bisschen gruseliger, weil die Antworten ganz, ganz, ganz komisch. Oh, was ist das? Alter, was ist mit Bens Wohnung passiert? Mach mir ein Bild. Sehr nice. Ben, kann man dir helfen? Was ist mit deiner Wohnung passiert, Bro? Und wieso liegt da ein Telefon auf dem Boden? Es steht da... Oh mein Gott. Okay, das sah gruselig aus. Und wir haben hier einen Clown. Alter, das... Oh, nee, das ist ein anderer Code, ne? Okay, also niemand weiß momentan, was der Code für McFood ist. Keine Ahnung. Ähm, wir können aber nochmal... Habe ich nicht? Habe ich das nicht schon gekauft? Ich meine, ich hätte schwören können, ich habe das schon gekauft, aber anscheinend noch nicht. Also, lass uns morgen erst mal anrufen. Oh, okay. Keine Antwort? Keine Antwort? Ich habe 69 Robux bezahlt, um keine Antwort zu bekommen? Ist das ein Scherz? Na los, komm, schon geht an. Alter, der geht einfach nicht ran. Oh. Warte, das haben wir doch schon gesehen, oder? Oder nicht? Da haben wir... Oh mein Gott, habe ich das nicht schon... Vielleicht auch ein... What? Mammels? Okay, es könnte jederzeit ein Jumpscare kommen. Oh, no! Okay, kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Schreiben wir mal. Nee, mit der Mama schreiben will ich nicht. Mit ihm können wir auch nicht schreiben. Nee, wir haben leider den Code für ihn nicht. Lass mal mit Mama schreiben. Hey, Mama. Okay, was... Zeit aus. Was meinst du? Du liebst mich nicht. Ähm, stimmt. Ich meine, hey, es gibt keinen Grund, um sie anzulügen. Richtig? Seien wir ganz ehrlich. Oh, nein. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Was zum Teufel ist das? Okay, man kann auch wirklich übertreiben. Das ist so gruselig. Das ist so... Oh mein Gott. Alter. Von wo kam das Lachen? Lockern sie mal Antworten. Sie hat aufgehört zu schreiben. Ich schreibe mal einfach irgendwas. Ja, jetzt schreibt sie. Okay, jetzt auf einmal schreibt sie, ne? Wenn man sie zu spammt. Also das ist... Oh, nee. Oh, okay, nee. Nee, 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 nee. Das ist der gruseligste Chat. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Okay, wisst ihr was? Gehen wir mal hier hin. Was ist zum Beispiel, wenn wir hier 666 anrufen? Gibt da jemand dran? Ich meine, wir können irgendwelche Nummern anrufen. Okay. Okay. Oh mein Gott. 1, 2, 3. Lass mal 1, 2, 3 anrufen. Mal gucken, ob da jemand dran geht. Leider nicht. Schade. Erklär, dass bei 666 jemand dran geht. Okay, was für Zahlen gibt es noch? Einfach nur 1? Nee, da geht doch niemand dran, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da könnte jemand dran gehen. Okay, niemand geht da dran. Also Leute, ich wollte sagen, ich werde das Video heute erstmal stehen lassen. Oh, hier gibt es Missionen. Wir haben ein paar davon sogar erledigt, obwohl ich nicht mal wusste, dass man welche machen muss, aber ja. Aber gut Leute, ich werde das Video heute mal stehen lassen. Gibt es nicht einen Daumen nach oben dazu lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniert kostenlos, falls du das ebenfalls noch nicht getan hast. Aktiviert die Glocke, falls du schon abonniert hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.